Ja, der Ball geht knapp über die Lande, das hätten Treffer verdient gehabt. Nein, wer soll diesen Pass kriegen? Weg ist der Ball. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes mit der Chance. Ja, ganz energisch. Ball ist weg, Gefahr erstmal bereinigt. Er entscheidet auf Foul, aber da kann er die Verwarnung noch stecken lassen. Ihn auf dem Platz sehen zu dürfen, ist immer wieder ein Erlebnis. Seine Stärken hat er natürlich im Abschluss. Vor dem Tor ist er eiskalt, da nutzt er nahezu jede Chance. Ah, jetzt könnte es eine gute Gelegenheit geben. Mason Greenwood, er hält diesen Ball sensationell. Ecke kommt's. Weiter diese Szene, immer noch Gefahr. Super Take legen. Nein, der Ball ist weg, es gibt Abstoß. Manchester United mit dem Einwurf. Da wollten die Fans seinen Elfmeter haben. Kontermöglichkeit. Jetzt müssen sie schnell spielen. Jetzt vielleicht die Flanke. Den Zweikampf verliert er. Bock bei jetzt. Das gibt ein Wurf. Ball ist draußen. Ach, Schroff Hakimi. Und jetzt die Maria. Vielleicht wird's hier gefährlich. PSG am Ball. Jetzt ist der Ball dort auf der Ecke. Cool aufgepasst und verteidigt. Ballgewinn. Gefährliche Position. Jetzt könnte er den Ball reinbringen. Giorginio Wijnaldum. Gehalten von der Heer. Paraden, für die er berühmt ist. Sensationell. Messi bringt die Ecke rein. So, kein Tor in dieser Szene. Da können sie sich beim Keeper bedanken. Ja, vor allem, wenn wir an die Parade da vorher denken, als er sein ganzes Können ausgepackt hat. Marco Ferrati mit dem Ballverlust. Bruno Fernandes. Cristiano Ronaldo. Das macht er richtig gut. Wijnaldum. Wenn's jetzt schnell geht, dann wird's gefährlich. Ruscha mit Platz auf dem Flügel. Er könnte flanken. Da fängt er die Flanke ab. Der Schiedsrichter entscheidet erst auf Vorteil, aber der hat sich nicht ergeben. Also dann, klar, Freistoß. Viel Einsatz. Szene geht weiter. Kein Tor. Da blocken sie den Ball gerade noch ab. Bruno Fernandes. Ballverlust jetzt von Bruno Fernandes. Rashford. Unglaubliche Parade. Wir hören es, die Fans hoffen auf die Führung. Es gibt den Elfer für Manchester United. Er gibt den Elfer, aber keine Karte. Ja, das sieht man selten. Scheinbar bewertet er den Strafstoß als Strafe genug. Ronaldo verschießt. Jetzt der Eckball. Er wird die Ecke ab. Rashford verliert den Ball. Drehblick geht weiter. Die Abwehr findet einfach kein Mittel. Und die Balleroberung. Wichtig. Vorne der Ballgewinn. Da kommt der Schuss. Tolle Parade hier von Donnarumma. Die Ecke von Paul Pogba. Was für eine Parade. Aus dieser Distanz starke Szene. Da wissen sie, bei wem sie sich bedanken müssen. Und die Situation geklärt. Leider etwas unplatziert. Dieser Schuss und der Torwart hält ihn problemlos. Rashford, Ballverlust. Lionel Messi. Sieht gefährlich aus. Angel Di Maria. PSG mit der Ecke. Gute Gelegenheit vielleicht zum Führungstreffer. Sie können kontern. Da kommt der Konter. Macht er das Tor. Cristiano Ronaldo. Da macht er zu. Toller Ruber. Er geht in den Schlafraum. Die Parade bei diesem Kopfball. Echte Torgefahr sieht anders aus. Absolut, Wolf. War doch eher ungefährlich. Und jetzt mal Manchester United. Aber der Ball ist jetzt erstmal weg. Jetzt haben sie den Ball. Können sie jetzt einen Angriff einleiten? Gut verteidigt. Die Hereingabe. Abgeblockt. Ecke in die Mitte. Den Ball kann er klären. Ball wird abgeblockt. Ganz stark abgeblockt. Wieder einmal. Er ist heute hellwach. Die gehen dazwischen. Ballverlust. So, jetzt ist erstmal Pause. Steht hier noch 0 zu 0. Ich bin gespannt, ob hier ein Team in der zweiten Hälfte noch mal mehr ins Risiko geht. Vor der Pause war das nicht das Spiel von Bruno Fernandes. Ja, diese erste Hälfte. Ich glaube, die Villa am liebsten ganz, ganz schnell vergessen. Das war sehr bescheiden. Können wir nicht anders sagen. Ich bin gespannt, ob hier ein paar Sachen wie in der ersten Hälfte noch malen. Okay. Ich bin gespannt, ob hier ein paar Sachen wie in Ruhe fourteen Network herrs realiziert. Hier hàng Bei mir. Dankeschön. Jahres zeigelt werden. in der nächsten Kanzler party. Und wir sind bereit, weiter geht's mit der zweiten Hälfte. Anstoß man United. tolles drehblick da sind sie alle macht er trifft die latte vorne jetzt die ballerobo gutes technik jetzt man united im angriff versuchen alles und dann haben sie das pech dass das ding am aluminium landet merci jetzt am ball ballverlust lionel messi bruno fernandes redschott da dann doch eine ganze menge gefehlt das war kein guter versuch das hat man deutlich gesehen der hat ja kaum was gestimmt nun lionel messi erneuter ballverlust bruno fernandes da ist bogbach cristiano ronaldo schuss kommt nicht durch stark dazwischen gegangen nicht zum ersten mal leute ballverlust durch die maria da gehen sie dazwischen im augenblick macht manchester united hier natürlich schon einen deutlich stärkeren eindruck wenn wir uns die statistik zum ballbesitz ansehen und wenn sie die chancen die sie haben auch nutzen können dann liegt hier der führungsstreffer in der luft das wird einwurf geben nach diesem pass der natürlich etwas zu und genau war da ist der ball weg das könnte was werden riesen chance cristiano ronaldo zum 1 zu 0 und wenn er so ding liegen lässt pushy dann ist das schon ungewöhnlich ja aber das muss er schnell abhaken und muss die szene aus dem kopf bekommen er kommt an den ball per hecht klasse gemacht da hat er gar nichts anbrennen lassen das macht ihn als keeper so stark dass er solche szenen ließt gute balleroberung was waren sie draus ein guter blockier gutes täglich gute zweikampfführung der psv auf dem weg nach ganz alleine gehalten aber der ball weiter im spiel der ball kommt sie liegen vorne die waren klar schwächer klar unternehmen und jetzt doch dieses tor also jetzt mich mal auf die reaktion gespannt wir sehen noch mal die wiederholung dieses tor ist erst der pass nach hinten und das ist dann natürlich genau die richtige entscheidung er nimmt das kurze rechnet nicht jeder sie sind jetzt also in führung 1 0 sehr gutes technik das war wichtig und jetzt sind hier noch 20 minuten zu spielen da guter steifers hier die lesen zu fassen wir hören es die fans hoffen auf den ausgleich der ball ist weg und das war natürlich schwach gelöst bruno fernandes jetzt ist der angriff doch gestorben der gegner hat den ball jetzt ist platz für den konter geht dazwischen und hatte ball jetzt der steil passt das ist abseits das haben wir nach einer sehr engen entscheidung aus aber ich glaube sie ist richtig ballverlust jetzt von bruno fernandes die hereingabe kommt an den langen pfosten wieder einmal zugeschlagen da kam der volley drin ist der ball super tor hat das war eine tolle aktion da kommt noch mal die wiederholung flanke wird reingebracht und dann ist es natürlich super da gehen sie dazwischen der blick auf die uhr neun minuten bis zum ende ja mit viel über sich mbappé idris sague messi am gegenspieler vorbei messi riesen chance bj mit dem tor wir sind auf die das die die